Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ryzen Zero Dawn. Wir sind hier beim letzten Mal in der Winterschmiede bzw. dem Aufbereitungsbereich der Brutstätte Epsilon stehen geblieben. In der letzten Folge war es uns gelungen, den Produktionsbereich zu durchqueren und nun sollen wir Aratak und Aurea hier durch diesen Bereich helfen. Dann sollten wir uns erstmal orientieren, das hatten wir ja noch nicht gemacht am Ende der letzten Folge. Da drüben haben wir ein Netzwerk-Uplink, da müssen wir wohl hin. 17 Meter, das ist nicht allzu weit. Da ist eine Vorratskiste und da unten, da steigt ein immunischer Wächter rum. Bitte, hilf uns auf die andere Seite. Das machen wir, Aurea. Aber ich möchte mich erstmal weiter umschauen. Da drüben haben wir das beschädigte Geothermalventil. Das hatten wir doch schon durch die Wand gesehen. Da müssen wir wo auch hin? Wir schauen mal von hier, hier sehen wir etwas mehr. Das Licht ist auf jeden Fall besser. Da haben wir auch wieder Transportkisten. Da müssen wir wohl auch wieder ran. Finde einen Weg für uns. Da hat sich gerade etwas bewegt. Ein Stabilisationsventil. Ah ja, deswegen bewegt es sich wohl auch. Scheint recht groß zu sein, das ist noch so eines. Na, dann bin ich mal gespannt, wie wir hier durchkommen. Das wird auf jeden Fall wieder eine Kletterpassage. Kletterpassage. Ah ja, da haben wir den Hals eines Langhals. Wir warten hier auf dich, Elon. Das sollten wir uns mal anschauen. Da ist, glaube ich, eine Möglichkeit, sich abzuseilen. Das brauche ich. Ja, hier kann man sich abseilen. Ich würde sagen, es dürfte das Beste sein, wenn wir das wieder im Tarnungsoutfit machen. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Wir haben direkt den Wächter neben uns. So viel zu keiner Aufmerksamkeit erregen. Aber wir sind nicht entdeckt worden. Gut, dann suchen wir uns hier mal einen Weg. Das sieht hier auf jeden Fall ziemlich wüst aus. Nun gut, wir sind wohl nicht nur in der Aufbereitungsanlage, sondern wohl auch in einer Art Eisenschmelze oder einer Schmiede, so könnte man das hier wohl auch bezeichnen. Da haben wir doch eine Klettermarkierung. Ob ich das wohl zerstören kann? Natürlich, Eldor, das wissen wir. Wir haben wieder eine Kabelüberwucherung hier. Dann ist das wohl unser Weg hier raus. Dann kommen wir wohl direkt an den Uplink jetzt. Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen da oben hin. Ja, eindeutig. Scheint nicht ganz so einfach zu sein. Ah ja, wir müssen wohl da hin. Oder erstmal in die Vorratskiste. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, wir können nicht mal alles mitnehmen. Finde einen Weg für uns. Hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Metallscherben drin gewesen. Wir haben jetzt ein bisschen was zurücklassen müssen. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, ob wir nicht ein bisschen Reinholz auspacken können. Oder vielleicht irgendwas hier verwerten können. Irgendwas zerlegen. Ich schaue gerade nach Doppeltem. Wir haben eine Panzerwandererlinse, eine einzelne. Na, die kann doch weg. Und jetzt sollten wir mal beim Reinholz schauen. Da können wir sicherlich was loswerden. Ja, eindeutig. Das sind zu viele Stapel. Da lassen wir mal ein bisschen was fallen hier. Ich würde sagen, es genügt, wenn wir vier Stapel aufheben. Dann haben wir wieder vier Plätze frei. Und dieser angefangene Drahtstapel hier, der muss ja auch nicht unbedingt sein. Obwohl, das wird uns nicht viel bringen. Den werden wir einfach nur zerlegen. So, das sollte genügen, denke ich. Obwohl, wir haben auch ziemlich viele Zünder. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Allerdings nicht wirklich viel. Oh, das sieht ja auch interessant aus. Eine hübsche Beute-Sammlung. Haben wir, glaube ich, in der Form auch noch nicht gesehen. War bisher nicht nötig. Und ich wollte jetzt nicht das Reinholz wieder einsammeln eigentlich. Eher das hier. Na gut, haben wir wieder ein bisschen Reinholz aufgesammelt. Wir warten hier auf dich, Edo. Aratak und Dorea drängen uns ja überhaupt nicht. Nun gut, wir suchen uns mal einen Weg hier durch. Wir müssen wohl hier rauf. Und da rüber. Na, bloß gut, dass Edo so weit springen kann. Ich hatte gerade ein wenig Bedenken. Und da geht's wohl weiter. Oh, das könnte... Ah ja. Ja, das könnte wohl etwas länger dauern. Nun gut, wir schauen mal, wo uns das hinführt. Da unten scheint jedenfalls nichts zu sein. Da müssen wir wohl nicht hin. Das ist wohl bloß dafür da, wenn wir runterfallen. Ich hoffe, das passiert nicht. Das könnte auch ziemlich schmerzen, denke ich. Und Edo wollen wir ja nicht verletzen. Jedenfalls nicht unnötig. Da oben läuft ein Wächter rum. Und wir sind wohl im Herz der Aufbereitungsanlage. Das sieht ja auch interessant aus. Was haben wir denn da? Alles klar, das ist die Anlieferung. Das ist aber sehr intelligent von den Maschinen, muss man ja mal sagen. Die bewegen sich auch seitwärts. Was bewegt sich seitwärts? Ich glaube, Elon meint dieses Ventil. Ja, ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen. Es ist wohl sehr intelligent von den Maschinen. Sie nutzen hier den Vulkan zum Einschmelzen des Metalls. Wir schauen mal ganz kurz, ob es hier hinten etwas gibt. Nein. Nur ein Strom von Lava. Uh, da müssen wir wohl da rüber. Und wir müssen wohl warten, bis die Säule da ausfährt. Und das hat unkompliziert geklappt. Aber hier war doch gerade irgendwo ein Wächter. Da oben. Den sollten wir mal versuchen auszuknipsen, glaube ich. Ich habe ihn ja nicht bemerkt. Ich glaube aber, das hier ist die ungefährlichere Variante. Kann man das von hier unten machen. Jetzt läuft er nur leider weg. Wir brauchen eine höhere Position. Da haben wir eine höhere Position. Irgendwie erinnert dieses Ventil an ein Rückgrat. Und wir haben hier Nebel. Wir werden wohl nicht entdecken. Jetzt erfrischen wir den Wächter von hier, denke ich. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Ich hoffe, der bleibt stehen. Ja, er ist stehen geblieben. Aber er ist nicht zerstört. Aber er hat eine lange Leitung. Das wäre auch schon erledigt. Da hinten läuft noch ein Wächter rum. Wir sollten das nicht auf die Entfernung, glaube ich, probieren. Wir sollten uns hier erstmal einen Weg suchen. Wir sind wieder weiter weg von unserem Ziel. Ah ja, wir stehen direkt vor dem Feldgenerator. Ein fortschrittlicher Projektor unbekannter Machart, vermutlich für die Erzeugung eines Energieschilds, könnte für militärische Überbrückungen anfällig sein. Na dann, benutzen wir mal unsere militärische Überbrückung. Das sollte die Lüftung stoppen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass wir jetzt die Lüftung gestoppt haben. Ein wenig Luft könnte hier nicht schaden. Und wir müssen jetzt wo über dieses Rad. Na dann machen wir das mal. Liegt einfach nur nahe, dass jetzt das das nächste ist. Und die Kamerafahrt hier war ja eben sehr schön. Das heißt, wir müssen da unten lang. Waren wir hier nicht gerade? Ja. Nun gut. Da hinten ist wieder eine Überwucherung. Wir müssen wo da hin? Sieht nicht stabil aus. Was sieht nicht stabil aus? Ich hoffe, Aloy meint nicht den Boden. Das ist etwas beängstigend. So dicht an Nava rumzuspringen, ist glaube ich keine gute Idee. Ich staune nur, dass Aloy sich nicht über die Hitze beschwert. Und wir haben hier etwas Besonderes. Eine 40-prozentige Schadensspule. Gar nicht verkehrt. Wir sollten uns mal darum kümmern. Und dann geht's wo für uns da weiter. Wir müssen wo an dieses Ventil ran. Das ist sehr interessant hier. Sowas hatten wir auch noch in keiner Bundstätte. Die hier ist definitiv etwas Besonderes. Und wir müssen wo einen kleinen Moment Geduld haben. Wir brauchen die Stange da drüben. Hier kommen wir gerade nicht weiter. Also ich weiß nicht, wie Aloy das macht. Also hier an der Stelle über der Lava zu hängen, das ist schon beängstigend. Muss ziemlich heiß sein. Ziemlich heiße Angelegenheit hier, definitiv. Und da ist unser nächstes Ventil. Das kam genau richtig. Ich nehme mal an, diese Ventile hätten sich nicht bewegt, wenn wir nicht die Lüftung deaktiviert hätten. Und wir müssen wo da ran. Wir warten mal einen kurzen Moment. Ich möchte da nicht runterstürzen. Wäre wohl nicht schlimm gewesen. Da unten scheint fester Boden zu sein und keine Lava. Oh, wir haben einen Wächter neben uns. Den Wächter wollte ich doch eigentlich auf Entfernung ausschalten. Aber nun gut. Wir haben das Tarnungs-Outfit an, das hat wieder geholfen. Ja, da unten hätten wir uns wohl nicht verbrannt. Naja, wer weiß. Da ist auf jeden Fall eine Kante. Und darunter geht's in die Lava. Gut, dass wir da nicht gelandet sind. Und für uns geht's hier weiter. Und da liegt der zerstörte Wächter der andere. Aloy hat den Stab rausgenommen, beziehungsweise den Speer. Wir schauen mal ganz kurz, ob hier noch irgendwo eine Maschine ist. Hier bewegt sich irgendwas. Da oben ist noch ein Wächter. Habe ich das doch richtig gehört. Und da drüben, da haben wir eine Vorratskiste mit etwas lilanem. Und wir haben das nächste Ventil gefunden. Sah jetzt nach dem einzigen Weg hier aus. Und da haben wir den Wächter. Und da hieß es jetzt, wer schneller ist. So, der wäre geplündert. Und wir schauen mal, ob wir hier was Nettes haben. Wir haben eine 36%ige Abrissschadenschwule gefunden. Gut, ganz nett. Aber begeistert mich jetzt nicht. So, wir schauen mal, wie kommen wir denn jetzt hier weiter. Es liegt leider alles ein wenig im Dunkeln. Nett, dass sich die Strukturen hier ab und zu mal aufhellen. Okay, Zeit für den Abflug. Wir müssen wohl an eine dieser Transportkisten. Und dann kommen wir zu unserem Ziel zurück. Wir sind jetzt fast 100 Meter entfernt. Na, das ist ja sehr schön. Aber jetzt können wir uns wohl erstmal entspannen und uns die ganze Sache mal von oben anschauen. Das ist sehr interessant hier gemacht. Sehr beeindruckend. Ich glaube nicht, dass wir uns hier fallen lassen müssen. Ich glaube, wir sollten uns einen anderen Ausstiegspunkt suchen. Mal sehen, ob wir wieder irgendwo runterstürzen. Das sieht nach der Landeplattform hier aus. Wir warten mal noch einen kleinen Moment. Das hier sieht nicht zu hoch aus. Ich glaube, wir haben es geschafft und uns erwartet vor eine kleine Belohnung hier unten in Form einer weiteren Vorratsliste. Wir haben wieder Reinholz eingesammelt. Nun gut. Und da drüben stehen Aratak und Urea. Und da unten ist der Netzwerk Ablehn. Wir können wohl einfach da runter. Ja, wir haben es geschafft. Das war ein ziemlicher Umweg. Aber ein interessanter. Die anderen werden es leichter haben, hier zu kommen. Allerdings. Aber es dürfte für sie nicht halb so interessant sein. Aratak und Urea scheinen den Weg zu kennen. Wir sollten immerhin daher. Wir sind ziemlich flott unterwegs. Und sie haben jetzt den nächsten Durchgang geöffnet. Wir sind wohl mit dem Aufbereitungsbereich fertig. Ich staune, dass es hier kein Geheimnis gibt. Oder etwas ähnliches wie im Produktionsbereich. Da hatten wir ja dann noch die beiden Frostklauen. Ich glaube, hier sind wir gerade gelandet. Das war, glaube ich, unsere Landeposition hier eben. Gut, dann sind wir wohl hier wirklich fertig mit dem Aufbereitungsbereich. Der war ja relativ einfach. Vier Wächter, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe bloß. Und die Kletterpassagen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir jetzt gleich wieder mit Science sprechen dürfen. Wir haben auf jeden Fall eine Vorratskiste hier. Und wir kriegen vielleicht gleich wieder was von Kenny Chau zu hören. Sieht wie der alte Pfad aus. Wir sind da dran. Also, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir schauen als erstes mal auf die Karte, wie weit es noch ist. Wir sollen jetzt dahin. Und wo ist der Brutstättenkern? Unweit entfernt davon. Also, wir sollten es bald geschafft haben. Eines können wir auf jeden Fall festhalten. Die Brutstätte Epsilon dürfte wohl die größte der Brutstätten sein. So, wir müssen wieder was liegen lassen. Einmal Lohr. Na, dann sollten wir uns vielleicht was herstellen. Brauchen wir etwas? Es sieht nicht so aus. Wir gucken dennoch mal ganz kurz in die Herstellung. Vielleicht können wir ja irgendwas bei der Munition dennoch machen. Vielleicht etwas für das Schmiedefeuer. Da können wir vielleicht noch was gebrauchen. Ja. Na, dann machen wir das doch. Ich würde sagen, das ist jetzt erstmal das Beste. Dafür brauchen wir nämlich Lohr. Dann können wir die hier noch einsammeln. Machen wir uns da mal weitestgehend voll. Sehr schön. Ich bin ja gegen Ressourcenverschwendung. Wir können uns auch Sturmbolzen herstellen. Und, was können wir noch machen? Etwas für den Eistorn. Na, dann machen wir das doch hier auch. Uns hetzt ja keiner. Und wir lassen keine Ressourcen liegen. Können wir hier noch irgendwo was machen? Wir schauen mal ganz kurz durch. Ob sich hier irgendwas noch findet. Ja, Zersprengerladung können wir uns machen. Vielleicht hätten wir das schon eher machen sollen. Aber es ist nie zu spät, sowas zu machen. Und wir können hier unterschiedliche Fesselseile herstellen. Wir stellen uns mal die schweren her. Ich glaube, die brauchen wir wieder. Ich glaube, die können wir beim nächsten Donnerkiefergut gebrauchen. Ich glaube, wir sind erstmal durch. Eispfeile müssen wir uns jetzt nicht unbedingt herstellen. Und bei den normalen Pfeilen sind wir nicht voll. Dann machen wir uns nochmal gehärtete Pfeile. So, dann können wir die Lohr noch mitnehmen. Und wir gucken mal, ob wir wieder was von Kenny Chow zu hören bekommen. Wir haben hier ein Sprachprotokoll. Letztes. Lebe wohl. Ein letztes Gespräch mit Anita Pajet. Als Anhang hierzu. Falls jemand das hier je findet. Ich werde sie nie wieder sehen. Und Zion auch nicht. Und das muss ich ihr auch sagen. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir jemals von Kenny Chow zu hören bekommen. Er hatte gesagt, es gibt noch einen Anhang. Wir sollten uns den vielleicht mal raussuchen. Es gibt ja bei den Audiodatenpunkten auch noch teilweise Textanhänge. Mal schauen, ob wir den finden können. Das könnte in diesem Fall sehr interessant sein. Also, dann verabschieden wir uns jetzt wohl von Kenny Chow. Da haben wir auch das letzte Lebe wohl. Wir schauen mal, ob es dazu noch mehr gibt. Ja, da ist ein persönliches Protokoll angehängt. Nachdem ich die Teile über den Schwarm zusammengesetzt hatte, hätte ich eine Million Dinge tun können. Über meinen eigenen Tod nachdenken. Jeden, den ich je gekannt und geliebt habe anrufen. Mich besaufen. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich mir nicht das Hirn zermatert hätte, ob ich Anita schreiben sollte oder nicht. Welcher Widerstand auch immer gegen die Kriegsmaschinen aufgebracht wird, sie ist ein Teil davon. Wer bin ich denn, sie zu nerven? Würde sie mir überhaupt antworten können, wenn sie mit dem Militär zu tun hat, würde ihre Kommunikation überwacht werden? Aber sie hat mir den Ärger erspart. Ich gebe zu, ich war ein wenig enttäuscht, als ihre Mitteilung nicht lautete, ich werde dich immer lieben. Stattdessen wollte sie Daten proben von Science, vertraulichem Protokoll, dem Protokoll, das die emotionalen Reaktionen betrifft. Unter anderen Umständen hätte ich mich geweigert, gerade das, was wir jahrelang geheim halten wollten. Und sie will es teilen. Aber ich habe ihr das Protokoll geschickt, weil sie nicht fragen würde, wenn sie es nicht bräuchte. Ich verstehe allerdings nicht, wieso. Klingt, als würde sie helfen, eine KI zu entwickeln. Aber wie könnte das helfen, den Schwarm aufzuhalten? Ich schätze, ich werde es nie erfahren. Es gab noch so vieles, dass ich ihr sagen wollte, aber nichts davon schien mir angebracht. Schätze, sie hatte alle Hände voll damit zu tun, die Welt zu retten. Und offen gesagt, ich kann mich an das Gefühl erinnern. Am Ende entschied ich mich für eine halbherzige Bestätigung, mit der unwahrscheinlichen Hoffnung, dass sie meine Ängste verscheuen würde. Aber nein. Kenny, ist es so schlimm, wie ich glaube? Anita, schlimmer. Geh zu deiner Schwester und sage Sion, dass ich lebewohl gesagt habe. Das war's dann also. Jetzt kommt nur noch Vernichtung. Milliarden von Leben. Mein eigenes, die meiner Familie. Und doch kehrt mein Verstand immer wieder zurück zu Anita. Ich werde sie nie wieder sehen, sie nie wieder spüren, nie wieder ihre Stimme hören. Keine letzte Umarmung. Kein Abschluss. Dieser Wunsch, Dinge zu Ende zu bringen, dieses Bedürfnis beschämt mich, wenn ich über mein Herumgeeiere mit Sion nachdenke. Ich bin jedes mögliche Szenario durchgegangen, jede mögliche Version meiner Worte und habe versucht, vorauszusehen, wie sie reagieren würde, wenn ich ihr sagte, Tja, was ich ihr sagen musste. Aber das ist es ja. Ich kann ihre Reaktion aus einem ganz einfachen Grund nicht vorhersagen. Sie ist menschlich auf jede nur erdenkliche Weise. Ich muss für sie da sein, ihr die Zeit geben, die sie braucht, genau wie bei dem Rest von uns. Das ist das Mindeste, das sie verdient. Das war sehr betrüblich, muss ich sagen. Also, Kenny Chow war sich des Endes bewusst und auch des Endes der gesamten Menschheit. Denn wir haben ja erfahren, dass der Schwarm auf dem Weg hierher nach Herlust und unterwegs war. Und Anita hat wohl mit dem Militär zusammengearbeitet. Sehr interessant. Gut, wir schauen mal, wo uns das hier hinführt. Wir kommen unserem Ziel wohl näher. Das dürfte nicht mehr weit bis zum Blutstettenkern sein. Und da haben wir gleich den nächsten Datenpunkt liegen. Den schauen wir uns natürlich auch an. Das hier sieht beeindruckend aus und im Hintergrund ist die Stimme des Dämon zu hören. Also das hier ist faszinierend. Gut, wir schauen uns aber erstmal hier das Datenpad an. Wir haben hier eine Textnachricht. Begegnung mit der Vergangenheit. Begegnung mit der Vergangenheit. Frozen Viles. Textdatenpunkte Quests. An Joshua Aduiz. Von Isla Perry. Betreff Begegnung mit der Vergangenheit. Josh Süßer, ich hoffe bei dir und deiner Mom ist alles in Ordnung. Wir sollten echt mehr Kontakt halten. Ich habe eine Stelle in Neuseeland angenommen. Bei ihrem Programm für junge Leute, die ins Land zurückkehren, möchten sie absolut sicher gehen, dass nichts schief geht. Zur Zeit führe ich eine Untersuchung der Caldera bei Taupo durch. Eine Begegnung mit der Vergangenheit. Echt. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob es in Wyoming schon im Nachrichten-Holo kam. Erinnerst du dich an diesen Typen, Dot Blevins? Natürlich tust du das. Naja, sie haben endlich rausgefunden, was aus ihm geworden ist. Den interessanten Teil habe ich unten angehängt. Sei mir gedrückt, Isla. Tauwetter gibt Leiche von vermissten Mann frei. Der Rückzug des Winters hat einen vermissten Fall, der seit annähernd 15 Jahren ungeklärt war, zum Abschluss gebracht. Bei Purple Mountain auf dem Gebiet des ehemaligen Yellowstone-Nationalparks wurden menschliche Überreste entdeckt, die als die des 2046 verschwundenen Dodger Dot Blevins identifiziert wurden. Der bisher unentdeckte Leichnam wurde am Purple Mountain nach einem ungewöhnlich warmen Winter vom Schmelzwasser freigespürt. Er wurde von Pharo-Servitoren entdeckt, die das Tyrer untersuchten. Die Behörden nehmen an, dass die Todesursache ein Unfall mit einem antiken Fahrzeug war, das für die Fortbewegung im Winter Daten beschädigt. Jetzt wissen wir, was aus Mr. Blevins geworden ist. Ihn hat's irgendwie erwischt. Vielleicht war das dieses Fahrzeug, das wir auf dem Graufangstau-Damm entdeckt hatten, oben auf der Staumauer. Wer weiß. Es hat 15 Jahre gedauert. Ich glaube, Blevins war nicht sonderlich beliebt. Auch kein Wunder nach dem, was wir von ihm gehört hatten. Niemand hat von nach ihm wirklich aktiv gesucht. So, dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier weiterkommen. Nein, wir schauen uns das hier erstmal an. Das sieht wirklich beeindruckend aus. Da oben die dämonische Verderbnis, die Überwucherung, da unten die heiße Lava. Die Stimme des Demots. Ja, die ist ja die ganze Zeit zu hören. Aber es ist nur wenig zu verstehen. Er sagte, glaube ich, irgendwas von Typ F. Das hatte ich verstanden. Das ist doch eine Struktur aus der alten Welt. Mit anderen Worten, eine Treppe. Und wir sollen jetzt den Quellknoten aktivieren. Dann suchen wir diesen Quellknoten erstmal. Der Altar entfällt. Das ist der Quellknoten von Sion. Wir haben das Herz von Sion entdeckt. Das sah ja gerade fantastisch aus wie mit Urea. Hier gibt es kein blaues Licht. Ist die Stimme hier oder nur der Dämon? Ich glaube beide. Wir müssen es herausfinden. Das werden wir herausfinden. Allerdings können wir uns wohl noch mehr anschauen zunächst. Also wenn das der Quellknoten von Sion ist, dann ist der Quellknoten komplett von dämonischer Verderbungsbefallen. Deswegen haben wir hier kein blaues Licht. Ich denke wir müssen das blaue Licht wieder herstellen. Wir fangen mal mit den Vorratskisten erstmal an. Und dann nehmen wir uns das Datenpad vor. Und dann schauen wir uns den Quellknoten an. Wir stecken uns einfach mal alles ein. Alles was geht. Einen Genesungstrank mussten wir zurücklassen. Das ist nicht verkehrt. Das heißt wir haben genug Heiltränke in der Tasche. Das kann man auch positiv sehen. Mal schauen ob es hier noch irgendwas interessantes für uns gibt. Wir kriegen auf jeden Fall genug Materialien für die Munitionsherstellung. Wir haben ja auch gerade viele verbraucht von diesen Materialien. Ich denke wir haben jetzt nur Tränke zurückgelassen. Dann schauen wir uns jetzt mal dieses Datenpad hier an. Wir haben wieder ein Textprotokoll hier liegen. Sion Zugriff. Sion Zugriff. Frozen Vials. Textdatenpunkte Quests. Als amtierender Leiter der digitalen Sicherheit und vorübergehender KI-Administrator für das Firebreak-Projekt erkläre ich hiermit, dass ich das Orbi-Cular-Muster für die regulierende KI Sion am 17. September 2064 gemäß dem Protokoll aktualisiert habe, um sie gegen jegliche Manipulation, Einmischung, Verwirrung oder Mutwilligkeit von außen zu schützen. Wie bei den vorherigen Updates. Nach der Aktivierung des Quellknotens müssen die übrigen Datenknoten verbunden werden, um Einfluss zwischen intakten, benachbarten Knoten zu ermöglichen und diesen dann wieder mit dem Quellknoten zu verbinden. Jürgen Holm. Ach, Jürgen Holm war auch KI-Administrator. Von ihm hatten wir ja schon auf dem Weg hierher was gelesen. Bei diesem Kantinenunfall. So, dann wenden wir uns mal jetzt den Quellknoten zu oder Sion. Wir sollen Sion wieder herstellen und wir haben wieder ein Rätsel. Das hatten wir doch schon in Oreas Zuflucht und auch im Graufang Staudamm. Ich denke, wir müssen alle Knoten berühren wieder und wir sollten mit dem Ersten was machen. Ich denke, den müssen wir drehen. Dann drehen wir den mal gegen den Uhrzeigersinn. Versuche die Übernahme. Ich glaube, das war richtig. Sonst hätte sich Hephaestus oder der Dämon nicht gemeldet. Wir schauen mal, ob das richtig ist. Naja, das können wir wohl bloß ausprobieren. Das sieht ganz gut aus. Wir leiten erstmal den Strom hier außen lang. Ich glaube, wir machen was richtig. Sonst hätte er sich nicht erneut gemeldet. So, und den Knoten drehen wir mal im Uhrzeigersinn. Wir kommen der Sache wohl näher. Wir haben auch bloß noch drei Knoten übrig. Dann muss der hier auch im Uhrzeigersinn gedreht werden. Dreimal. Gegenmaßnahmen? Zum Glück nicht. Und wir sind ganz dicht am Brutstättenkern, würde ich behaupten. Nun gut, wir bleiben mal beim Rätsel. Ich habe jetzt keine Maschinen gesehen. Danach wollte ich mich eigentlich umschauen. Das ist wohl der letzte Knoten. Und das sieht richtig aus. Und wir sollen uns jetzt zum Brutstättenkern begeben. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir reden vielleicht mit Sion. Dann tun wir das wohl nicht. Schade. Das funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea. Der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche die Bestandkungen aufzunehmen. Keine Lieben. Aten. 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 Ungefügtes Rokokon. Erklangten Ausgaben vorzuziehen. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören. Ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aelai und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Dann führ uns in die Schlacht. Anbegeben. Irgendwas erwartet uns da unter der Kuppel. Und wir hatten doch noch die Gelegenheit. Mit Sion kurz zu reden. Oder sie hat zu uns gesprochen. Muss man so eher sagen. Für heute soll es das erst einmal gewesen sein. Wir haben uns durch den Aufbereitungsbereich geschlagen. Wir haben Sion reaktivieren können. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn es hier dann mit Horizon Zero Dawn und Frozen Wilds weitergeht. Bis dahin. Macht's fein. Ciao, ciao. Und bis bald. Bis bald. Bis bald.